Das war's jetzt. Ja. Na toll. Ähm, dadam, dadam, dadam. Ich bin in der toten Stadt, die gar nicht so tot ist, wie man denkt. Obwohl Zombies... Nein, Zombies sind eklig. Ich speichere zu viel. Aber ich habe Angst, dass ich hier abkratze, weil ich habe keinen Bock, von irgendwo weiter vorne wieder anzufangen. Ich finde das Defibrillator ab. Ach cool, ich bin hier drin, ne? Äh. Okay, merken, toten Stadt, zwei. Äh, falsche Taste. Wartet mal kurz, ich brauche mal kurz einen Stift. Totenstadt, zwei, Schlösser. Ja, das habe ich mir jetzt echt aufgeschrieben. Äh, das gibt doch bestimmt noch einen epischen Bosskampf, oder? Erstmal den blöden Defi finden. Geht's hier weiter? Nö. Ach gut, aber das Gute ist, dass es einigermaßen meist immer nur Einbahnstrecken hier. Das Schlimme ist... Ich habe Angst. Ich habe Angst. Ich habe... Bossangst. Oh. 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 Ja, dann kann das... Die schiebe ich dem dicken Vieh bestimmt jetzt gleich in den Arsch. Ach, nein. Oh, nein. Oh. Ach, geh kacken. Äh, ich kann nicht zufällig zielen. Äh, falsch. Wenn ich wüsste, auf was ich zielen muss. Ach, der erkennt irgendwas. Ich habe nur noch eine Rakete. Öh, scheiße. Ich könnte schwören, der hat das Defibrillator-Upgrade. Äh, ich werde... Also, wenn ich keine Munition mehr habe, bin ich eher am Arsch. Also, würde ich mal sagen... Die Zerpistole ist gar nicht mehr drin. Okay, das ist... Naja. Ich mache einfach mal den und rüste die aus. Ähm... Ich weiß nicht, entweder ist das das Upgrade. Das ist der Defibrillator da, oder? Ich mache ihm keinen Schaden. Hallo? Liegt nicht zufällig noch... Ach, cool. Der regeneriert Munition. Cool, ich habe weitere vier Schuss. Die ich ihm jetzt bitte da auf das Teil schieße. Ja, cool. Hier kann ich mich wenigstens voller Munition pumpen. Ja, das hat gesessen. Ich mache keinen Schaden. Hallo? Hallo? Ich habe ihn einmal getroffen. Na toll. WTF? WTF? In your head darf ich... Danke. Ich brauche Munition. Munition. Ähm... Ich finde diesen Bosskampf jetzt nicht gerade so episch. Also... Das hat gesessen. Ich wackele gerade. Da hat gesessen. Komm, also noch einmal, okay? Muni. 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 Scheiße, jetzt wirft er auch noch schneller. Ähm... Dumm. Also das war jetzt gerade Verschwendung. Äh! Ich habe ja noch was. Oh Mist, aber... Äh, meine Maus! Ey, komm, der hat gerade gesessen. Nein. Ich brauche hier nochmal kurz. Ja, ja, wer online ist, ist mir gerade scheiße... Egal. Meine Fresse. Komm, bitte. Cool, er zeigt mir sogar mal an, wo die... Wo die Teile auf... Ey, komm, aber der Schuss hat doch gerade gesessen. Okay, das bringt jetzt nichts mehr. W-w-w-w-warte. So. So, jetzt aber. Der hat gesessen. Der hat auch gesessen. Nein, der hat nicht gesessen. Die fehlen gerade. Ein bisschen Raketen... Äh, Action. Ich bin am Marsch. Äh. So, jetzt aber. Ey, komm, das hat gesessen. Ach, der nicht. Haa. Haa. Oh, mein Gott. Hallo, vom Haus dürfte jetzt langsam aber nichts mehr übrig sein. Das habe alles nämlich ich ins Gesicht bekommen. Meine Fresse. Na. Das war ja gerade... Episch. Ach, ich liebe das. Meins. Nee. Ja, und jetzt? Was haben wir hier? Pferdboi, CHI-Granaten, Schrotflinten, MG-Munition. Alles mit, mit. Ja, und jetzt muss ich irgendwie runter und ihm das Teil noch rausreißen. Ist hier noch irgendwas? Uh, Bandagen. Und ein Buch. Und ein toter Mann. Ach ja, nur mal so, falls jetzt irgendwie... Irgendwas passiert. Ich will den Scheiß nicht nochmal machen. Aber ich würde gerne mal wissen, beim letzten... Bei den... Die ganzen letzten Male. Das hat doch immer gesessen. Warum ist er denn nicht gestorben? Manchmal die einfach den normalen Weg nehmen kann. Oh, ich habe noch die Mini-Granaten drin. Na, das ist natürlich nicht gut. Ich rüste mal die normale Aschrot-Mun aus. Äh. 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 Meins. Da ich jetzt den Elektro-Bausatz, da ich aber gar nicht zurück kann... Habe ich wohl Pech? Pech? Äh. 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 Igitt. Ich sehe nichts. Äh. Jetzt sehe ich wieder was. So. Anstatt ich einfach dem Vieh da raufklettern konnte und mir sein Tal rausreißen, weil... Ich würde mal sagen, da wo ich die ganze Zeit drauf geschossen habe, war der blöde Defibrillator. Oder so. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß noch nicht mal, wo ich jetzt hinmog. Ach da. Ach kommt. Können mich mal nicht mal in Ruhe lassen. Ach cool. Guck mal. Oh nein. 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 Ich sehe ihn nicht. Blödes. Ekliges. Viel. Ha. Letzter Schuss. Also wenn die was wollen, sollen sie herkommen. BTF. Was? Erledigt. Erledigt. Ha. Ich habe ja die Raketen gerade. Und den. So. Ich kann... Ach so. Egal. Glaube ich einmal außen rum oder auch nicht. Ich würde doch sowieso sagen, dass ich hier nicht lang muss. Hier ist nichts mehr. Hm. Alles kaputt. Boah, die ganzen Meldungen unten hier. Ähm. Ja, ich würde mal sagen, ich muss nach oben. Gucke ich erstmal hier unten. Weil hier sind Bücher. Haufenweise. Dann würde ich mal sagen, gehe ich nach oben. Wieso sollte ich nach oben? Ich muss doch eigentlich raus und... Ach, ich liege bestimmt falsch. Ich wette, das Teil, worauf ich bei ihm schießen musste, war gar nicht das Teil. Geht, kann ich eigentlich noch gar nicht... Kann gar nicht nach oben. Nein. Niemals. Hm. Ich. Hau. Dich. Tot. So geht's natürlich auch. Äh. Was ist das eigentlich alles? Ich guck gar nicht hin. Ich guck gar nicht hin. Ist das eklig. Das Gute ist, da liegt irgendwas. Das Gute ist, wenn ich jetzt einen Schlossknacker brauche, kann ich mir den, glaube ich, basteln. Ähm, hab ich schon mal gesagt, dass es hier eklig ist? Ach, da ist gar nichts. Schade. Ach, cool. Stofflappen, Desinfektionsmittel. Yippie, yippie, yippie. Elektrobausatz. Drogen. Noch ein Elektrobausatz. Oder auch nicht. Und da ist das Defibrillator-Upgrade. Was jetzt? Ähm. Gebt ihr mir mal kurz ne Minimum ein paar Sekunden. Ich muss kurz mal die Batterie meiner coolen Maus wechseln. Ich hoffe jetzt einfach mal, das Kabel reicht bis zur Steckdose. Da müssen irgendwo neue Batterien sein. Ich muss mal kurz Fett herpapieren. So, Headset-Kabel erstmal wieder reinstecken. Ist wohl raus... Hab ich wohl rausgezogen. So. So. Meins. Ähm. Da gibt's aber nicht so ein zweites... Nicht noch ein zweites Vieh von, oder? Äh. Äh. Ach, Kacke. Ähm. Anstatt mich zu schlagen. Ähm, ja. Ich lad mal kurz alles nach.